Hallo, wir machen heute Stockbewegung. Die kann man zu Hause auch ohne Partner sehr gut machen. Ich verwende den üblichen Altwiederstock, der ist 1,27 m lang. Wenn man so etwas nicht zu Hause hat, kann man sich auch mit einem Rundholz aus dem Baumarkt oder einem Besenstiefe helfen. Wichtig wäre, dass die Oberfläche glatt ist, damit man sich nicht verletzen kann. Also im Zweifelsfall mal kurz drüber schleifen. Ansonsten kann jeder mitmachen, auch Leute, die nur Stock in der Hand gehabt haben. Ich fange an mit Vorübungen, Basisbewegungen und leichten Aikido-Techniken, die wir auch verbinden werden. Und was ihr versucht mitzumachen, was geht, ruhig machen und was vielleicht zu schwierig ist, ist dann am Anfang auch nicht schlimm. Wir beginnen wie immer mit dem Training, mit dem Verneiden. Und jetzt den Stock so in den Händen halten, Daumen zeigen zueinander, Füße hüftbreit oder breiter. Und entspannt stehen, den Atem spüren. Mit dem nächsten Einatmen die Arme heben, den Griff ruhig öffnen und vom kleinen Kinder hier wieder schließen. Und einatmen. Und aus. Mit eurem Lücken bewegen. Und beim nächsten Ausatmen dann mal probieren, den Stock nach hinten zu führen. Mit dem den Brustkorb schön, die Schultern. Und dann ruhig abwechselnd weiter. Ein Stock in einer Hand halten, an die Seite bringen, so auf den Hütten. Und dann die Hüften aufstützen. Füße zusammen. Und die Hüften ein bisschen kreisen. Und dann kann man unten in die Hocke gehen. Dann kann man beide einfach am Stock haben. Und spüren, wie sich der untere Rücken gut dehnt. Wenn es geht, bleiben die Fußsohlen am Boden. Wenn es nicht geht, kann man einfach auf die Zehen bei den Ohren gehören. Aufstehen. Und wieder nach unten gehen. Ein Stock so vor euch auf dem Boden ablegen. Und wir machen was für die Füße jetzt. Die eine Fußsohle drauf geben, auf dem anderen Fuß sicher stehen. Und dann so ein bisschen hin und her rollen, dass die ganze Fußsohle massiert wird. So viel Gewicht rein geben, wie ich das jetzt für euch gut anfühle. Und dann wechseln. Schultern auch noch ein bisschen kreisen. Und dann wechseln. Und dann wechseln. Und dann hin und vorbei. Und dann wechseln. Und hin und vorne. Und dann wechseln. Und dann wechseln. Und dann wechseln. So, jetzt den Stock so vor euch halten, die Darmzeigen wieder zueinander. Und mit dieser kleinen Drehung, geduchtsverlagern von einem Fuß in den anderen, den Stock einfach mitführen. Das Gewicht vom Stock spüren, den Raum an euch umbauen. Mit dem Oberkörper nach vorne ausgerichtet bleiben. Komplett. Und auch nicht überdrehen, den Stock nur so weit gehen, dass die Verbindungen im Zentrum noch gut spüren. Wieder in eine Hand nehmen, so in der Mitte. Und die Hand nach oben bringen. Den Stock auch einfach so mitführen. Der Griff kann sich ein bisschen öffnen. Und dann wieder den Griff schließen. Dann unten frei lassen. Und das ist ziemlich nah am Körper langführen. Und das muss ich jetzt weit zur Seite auslenken. Und dann gehe ich mal über die andere Schulter, nach der anderen Seite nochmal. Und jetzt wieder um die erste Schulter gehen, die Hand übernimmt und lässt sie auf der Seite fallen. Jetzt wechsle ich jedes Mal die Seite und überdrehe das in die andere Hand. Dann muss ich in dem Moment die Hand schon dahin bewegen und einen guten flüssigen Übergang schaffen. Also mit Sicherheit damit auch üben. So. Und jetzt gehen wir mit der Stockbewegung wieder in diese Ebene. Die Füße ruhig ein bisschen enger zusammen. Die Hände auch. Und dann auch wieder so eine kleine Drehung anfallen. Und dann mit einer Hand loslassen, den Stock so hinten rumführen und hier vorne wieder ankommen. Immer von einer Hand in die andere Bewegung dabei. Und dann auch mal hier durch den Wechsel. Und dann auch mal ein paar Mal hin und her. Also keinen Automatismus in so Bewegungen reinbringen. Ziehen wir an die eine Seite, ziehen wir an die andere Seite. Sondern ruhig einfach ein bisschen in eine freiere Bewegung rein spüren. Alles zulassen. Alles zulassen. Die Hände sind ausgelenkt zur Seite. Dass ich stabil stehe. Und auch gut zwischen den Füßen hin und her gehen kann. Und die Hüfte kann sich auch gut bewegen. Auch rechts stehen. Ich habe den Stock jetzt wieder so in der Mitte. In meiner rechten Hand vor mir. Ich mache die Bewegung jetzt erstmal ganz langsam vor. Ich bringe jetzt dieses obere Ende vom Stock vor meiner Bauchseite so nach unten. Ich bringe es wieder nach oben. Das andere Ende kommt hoch. Fährt hier auf die Außenseite. Ich bringe nach unten. Dann kommt wieder hoch und dann gehe ich hier zurück. Das heißt, ich bewege hier so eine liegende Art vom Körper. Mit dem Stock. Und die Bewegung ist natürlich nicht so geführt. Sondern der Stock fällt. Kommt hoch. Und ich bringe einfach mit meiner Hand es zur anderen Seite. Und dirigiere es, wo es hingeht. Wichtig ist nur festhalten, dass er nicht wegblickt. Und gar nicht viel Kraft reinlegen. Immer nur so viel Kraft verwenden, wie man wirklich benötigt. So gut von der Hüfte drehen können. Von einem Fuß in den anderen gehen können. Der Oberkörper bleibt möglichst aufrecht. Also nicht mit dem Rundschwank. Und vom Tempo auch so, wie sich das für euch jetzt stimmig anfühlt. Gut, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Linkes Bein vorne. Linke Hand hat den Stock. Und dann schaue ich die erste Bewegung. Alles noch mal langsam, damit wirklich klar ist, wo es hingeht. Und ich versuche einfach gut flüssig zu machen. Ein wichtiges Arm. Der Griff soll natürlich fest sein, dass es nicht rausruscht. Dass nicht irgendetwas beschädigt wird. Oder jemand getroffen, der vielleicht da steht. Aber nicht so verkrampft greifen. So fest, dass der ganze Arm dabei fest ist. Und dass die Bewegung dadurch steigt wird. Also da schon auch versuchen, eine lockere, flüssige Bewegung im ganzen Körper zu lassen. Falls ihr doch mal runterfällt oder euch das Knie haut oder was dann einfach. Dann wollen wir von vorne anfangen. Das kann passieren. So, ich mache jetzt nochmal ganz langsam vor, was als nächstes kommt. Und komme auf die Seite. Ich gehe jetzt mit der Hand dahin, übernehme den Stock. Gehe mit dem Bein vor. Und dann habe ich die Seite gewechselt. Ich mache das nochmal. Hier vorgehen. Die Füße bleiben so in etwa auf einer Linie. Also das heißt, ich bewege nicht im Raum. Das wäre auch möglich. Aber ihr solltet, wenn ihr zu Hause seid, auch am besten an einer Stelle zu machen. Und hier einfach den richtigen Moment spüren, wo man in der Bewegung rein kann. Und die einfach weiter fließen kann. Und ihr habt die Seite gewechselt. So. Dann können wir auch mal länger auf einer Seite wieder bleiben. Also das Auge ein bisschen flexibel machen. Mit dem Wechsel. Und wenn ihr die Gütssicherheit ein bisschen testen wollt, dann ruhig einfach auch mal öfter wechseln. So, dass die Bewegung einfach laufen kann. Genau. Okay. So, jetzt mache ich als nächstes mal eine Basisbewebung vor. Das heißt, ich stehe so auf der Linie. Ich habe den Stock hier so in beiden Händen. Es zeigen die Daumen beide in die gleiche Richtung. Die Hinterhand schließt hier hinten ab. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Werden kann das für das, was wir jetzt machen. Jetzt mal so machen. Ich habe in etwa ein Drittel von dem Stock. Also man greift hier nicht zu eng. Es ist dann schwer verhalten. Er geht auch nicht zu weit vor. Weil wenn der nicht angreift. Normalerweise nimmt man die Finger eher ein bisschen zurück. Dass man da nichts drauf kriegt. Und wenn die Hand jetzt fest ist, dann habe ich auch die Möglichkeit, die Hand hier ein bisschen zu lockern vom Griff. Das heißt, ich kann den Stock auch hier bewegen. Ich kann eine andere Position nehmen. Ich ziehe so ein bisschen. Und ich stoße dann gerade nach vorne. Und nehme dieses Ziehen auch wieder ein bisschen in die Bewegung rein. Also ziehen und stoßen. Und die Füße bewegen sich auch nicht. So würde es aussehen. Also wichtig, der Stock ist hier auch nah am Zentrum. Ich gehe nicht jetzt so ausgelenkt dahin. Das würde auch die Richtung verändern. Aber ich müsste ihn so weghalten, dass er auch ganz schön. Also gucken, dass er eine gute Verbindung zum Zentrum hat. Oberkörper dann aufrecht. Der knickt auch nicht ab. Und stoßen. Und man kann diese ganzen Bewegungen natürlich auch spielverkehrt mit der anderen Seite üben. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Aber das ist natürlich prinzipiell möglich. Wenn ich jetzt hier so stehe. Mein Ding habe mich gebrochen. Oder komme ein bisschen aus der Linie raus. Wie auch immer. Und jemand würde angreifen wollen. Dann verlasse ich diese Linie mal. Gehe ein bisschen raus. Mit dem hinteren Fuß zuerst den zweiten Zeichen nach. Und stelle mich dann so in eine geschützte Position unter dem Stock. Ich mache es erstmal nochmal nicht schützen. Raus gehen. Ich stehe leicht schräg zu dieser ursprünglichen Linie, auf der ich gestoßen habe. Und stehe so drunter. Auf dem hinteren Fuß. Der vorteil ist frei. Da wäre beweglich. Je nachdem, wo ich als nächstes hingehen würde, kann ich den auch setzen dann. Und von der Positionierung. Also wenn ihr jetzt im hinteren Bein steht. Und nehmt den Fuß hoch. Dass ihr da so an den Stock kommt. Das Knie ist drunter. Hüfte ist drunter. Position vom Fuß. Elbogen. Und auch Kopf natürlich. Dass wir so stehen. Wenn jetzt hier etwas drauf kommt. Dass das abkleiden kann. Oder dass ihr das aufnehmen und darauf reagieren könnt. Das heißt, ich bin nicht da hinten. Oder da vorne. Oder da oben. Sondern so, dass ich wirklich drunter bin. Wenn wir die schützenden Position haben. So. Also ich stoße nach vorne. Und dann gehe ich raus. Und stelle mich sogar drunter. Jetzt mal von der Seite. Und die Hand hier. Hat auch nun einen Übergang vom Unterarm in die Hand selber rein. Also die ist nicht irgendwie abgeknickt oder gedreht oder sowas. Sondern der Stock liegt hier im Handteller drin. Dass ich mir einfach sicher habe. Und die Finger greifen hinten. Stoßen. Schützen. Schützen. Stoßen. Schützen. 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 Die Hand nehme ich hier auch ein bisschen ran. Ich hab die auch natürlich nicht zu weit unten. Weil ich gesagt, wenn hier was draufkäme. dass sich die Finger geschützt haben. Auch hier liegt der Stock im Handteller drin. Ich gehe also nicht in den Daumen rein, da könnte man sich, wenn dann jemand draufkommt, und man kriegt es dann ab, dann würde man bisher in das Daumengelenk reingehen. Das sind alles Sachen, die man ein bisschen beachten muss. Stoßen, schützen. Ich mache jetzt als nächstes mal eine Bewegung. Das heißt, ich würde jetzt hier von der Seite wieder anbreiten wollen. Ich gehe mal mit der oberen Hand ein bisschen weiter runter am Stock. Jetzt kann die hier greifen, jetzt ist die andere Freie, die kann weg. Der Stock geht hier rum. Ich greife hier, das rechte Bein geht vor, und beide Hände unterstützen dann diese Bewegung, die ihr von der Seite praktisch wieder angreift. Also von hier, Oberhand geht vor, die kommt hier hin, rutscht auch bis zum Ende vom Stock und greifen hier. Und ich mache jetzt mal eine Verbindung von diesen drei Bewegungen. Also stoßen, schützen, von der Seite angreifen. Das würde auch heißen, Shuranzuki, Schützen, Yokomichi. Und die andere Seite. Und den hinteren Fuß auch immer so in die Linie ausrichten, dass er eine gute Verbindung zum Stock hat. Also dass er nicht irgendwie so steht, und gestoßen hat, so dass ich die Füße in einer Linie damit simulieren würde. Ich mache jetzt mal eine Kata vor. Das heißt, es ist eine Verbindung von mehreren verschiedenen Stockbewegungen. Die ist etwas länger. Das kann man dann auch gut alleine üben. Einfach diese Verbindung für sich laufen zu lassen. Wenn man normalerweise einen Partner übert, ist das oft eher kürzer. Je nachdem, um was es dann geht. Aber schaut euch das einfach mal an. Das ist eine gute Möglichkeit, sowas wird, also die Basis für die Linie zu geben. So, jetzt zeige ich es auch noch von der anderen Seite. So, jetzt zeige ich es auch noch von der anderen Seite. Das waren jetzt insgesamt 25 Bewegungen. Es ging auch in zwei Richtungen im Raum. Ich habe an sich auch Schritte dazu gemacht, um es zu bewegen. Wenn man da rein kommt, kann man das natürlich mehr am Platz auch lassen. Und das muss man einfach immer gucken, wie die Umgebung ist und was man üben will. Das sind verschiedene flexible Sachen möglich. Die ersten fünf Bewegungen von dieser Kata, das war praktisch das, was wir gemacht haben schon. Ich mache das nochmal vor, ich zähle auch noch mit. Eins, zwei, jetzt wiederholt sich nochmal so, zieh hier, geh auf die Linie zurück und stoß nochmal. Drei, vier und fünf, war jetzt dieses Anhalten von der Seite. Und da kommt eine Bewegung, auf die gehe ich nicht mehr ein. Das ist nochmal eine Angreifung von der Seite, ohne Handwechsel. Da stehe ich dann so da. Und als nächstes habe ich mich da nach hinten orientiert. Das ist übrigens mal ein bisschen differenzierter. Das heißt, ich stehe hier auf dieser Linie, ich setze die Flüsse um. Es ist leicht zeitversetzt, also ich bewege mich gleichzeitig, nicht auf den Fersen oder auf den Zehenbein, sondern erst den einen Fuß und dann den anderen. Und damit bewege ich mich in die Richtung. Und dann ziehe ich auch dieser Arm hier in die Richtung. Und dann stehe ich so. Und ich zeige jetzt mal so von hinten. Also, ich würde so da stehen, der Stock bewegt sich nicht so, und auch nicht so, sondern so leicht schräg. Dadurch kommt auch eine gewisse Beschleunigung hinein, in der Arm hier zieht. Und die Idee ist, wenn ich nach hinten schaue, und dann würde jemand anhören, dass ich das wegschlagen kann. Das heißt, ich würde an sich über den Punkt hier rausgehen. Wenn man das alleine übt, bleibt man eher gleich so in der Richtung. Und auch wenn ich mit jemandem ein Schwert oder einem anderen Stock hier wegschlagen würde, würde ich sofort natürlich wieder mich in diese Richtung zurück orientieren und weiter angreifen zu können. Aber wenn man alleine übt, dann reicht das, wenn man das so macht. Jetzt stehe ich wieder so wie am Anfang, für die Grundposition, nur für dieses Stoßen, nur mit rechts vorne. Und jetzt mache ich einfach dieses Stoßen mal dazu. Ich zeige es jetzt auch nochmal von vorne und zähle nochmal langsam mit, wenn wir jetzt einfach die Verbindung dazu müssen machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, dieses nach hinten drehen, das wäre jetzt nochmal sieben. Und acht nochmal stoßen. Und von hier aus mache ich jetzt dann mal weiter. Kämen zwei Bewegen, die gucken wir wieder nicht genau an. Das ist dieses Glocken und der Hand wechseln. Dann stehe ich so und orientiere mich wieder nach hinten. Das ist ein bisschen der Hände. So. Das heißt, ich gehe mit der Hand zum Ende vom Stock, schaue nach hinten und dann stoße ich da hinten. Ohne dass ich mich sonst gedreht habe. So stehen, zum Ende vom Stock gehen, nach hinten stoßen. Das heißt auch immer im richtigen Moment spüre, welche Hand fest ist, welche Hand die Bewegung zulässt. Also hier stehe ich so, kann ich mit beiden festen. Sonst bewegt sie sich, dann greift sie hier, dann ist sie ein bisschen offen, dass sie nur eine Führung ist. Und dann stoße ich hier. Und auch wieder nah am Zentrum, dann nicht so weit weg gehen. Das wäre jetzt die Nummer elf. Und als nächstes kommt jetzt, hier festhalten. Der Stock ist hier kürzer, dort länger der fällt, automatisch nach unten, wenn ich hier loslasse. Wenn ich ihn halte, macht er das nicht. Und deswegen auch wichtig, die Munde ins Handgelenk, die Bewegung machen lassen, zulassen und hier auffangen. Dabei drehe ich mich dann. Das muss man dadurch auch ein bisschen üben, dass man nicht daneben bleibt. Also stoßen, drehen, hier auffangen. Und dann stoße ich nochmal in die Richtung, so würde es dann weitergehen. Das ist ja Nummer zwölf. Ich stehe so, gehe zum Ende, drehe mich und stoße nochmal nach. Elf, zwölf. Jetzt zeige ich es nochmal einmal. Von letzt bis Nummer zwölf. Auch nochmal andersrum. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, vier, elf, zwölf. So. Das war jetzt praktisch die Hälfte von dieser Cutter, wo ich auch noch mal ein bisschen eingegangen bin. Die andere Hälfte machen wir jetzt heute mal nicht. Also ich habe vor, da noch ein anderes Video dazu zu machen, wo wir uns diese Hälfte mal angucken und auch noch andere Vorbereitungen zu machen. mit der Mann. Zuerst zum Abschluss nochmal so stehen. Die Hälfte drehen. Und nochmal einatmen. Und aus. Was vielleicht auch noch wichtig ist, also man hat natürlich, wenn man jetzt noch nicht Stock gemacht hat, nicht unbedingt die Rückmeldung, die man normalerweise beim Training kriegt, wenn man mitübt, wenn man dann sehe, achtmal auf dieses, achtmal auf jenes. Das wird natürlich dann hoffentlich bald wieder stattfinden, wenn wir hier in diesem Raum wieder Training machen können. Und bis dahin wird es also noch einige Videos geben. so geht das jetzt weiter. So geht das schneller. So geht's dem Moment.